Du kennst sicher die Geschichten um Abraham herum. In einer dieser Zeiten, die Abraham mit Gott unterwegs war, da heißt es, Gott prüfte Abraham. Und als Gott ihn prüfen wollte, rief Gott, Abraham. Und Abraham sagte, hier bin ich. Und etwas später, ein paar Verse später, heißt es wieder, der Engel kam zu Abraham und rief ihn mit Namen und Abraham sagte wieder, hier bin ich. Ich habe diesen Text gelesen und ich dachte, das ist wirklich etwas ganz Entscheidendes, dass wenn Gott mit uns spricht, wenn Gott uns ruft, dass wir sofort präsent sind und sagen, hier bin ich. Das spricht davon, dass wir offen sind für das Wirken Gottes in unserem Leben. Dass wir offen sind, dass Gott zu uns sprechen kann. Dass wir offen sind, dass wir mit Jesus in der Beziehung zu ihm wachsen. Mir fiel ein, dass vorher in der Geschichte mit Adam und Eva Gott sie auch rief. Und da heißt es, Adam und Eva versteckten sich. Siehst du, sie hatten Angst, Gott zu begegnen. Sie hatten Schuld in ihrem Leben. Und das ist ihnen bewusst geworden. Und sie haben sich vor Gott versteckt, von ihm zurückgezogen. Bei Abraham war das ganz anders. Hier bin ich, Herr. Ich bin offen für dich. Rede zu mir. Gott geht mit Abraham diese Situation durch, wo Abraham seinen Sohn Isaac, den Sohn der Verheißung, opfern soll. Und selbst dafür ist Abraham bereit, weil er weiß, wenn Gott ihn ruft, wenn Gott etwas mit ihm auf den Weg bringen will, dann weiß er, er vertraut Gott, dass es gut werden wird. Ich wünsche dir, dass du heute in diese innere Haltung kommst. Dass du, wenn du in Gottes Wort liest, hörst, dass Gott mit dir sprechen möchte. Und dass du sofort bereit bist zu sagen, hier bin ich, Herr. Hier bin ich. Immer wieder lesen wir das in der Bibel, dass Menschen so auf Gottes Rufen reagiert haben. Hier bin ich, Herr. Ich wünsche dir, dass du das heute umsetzt. Hier bin ich, Herr. Ich weiß, Gott hat mehr für dich. Hier bin ich, Herr. Tschüss, bitte. Untertitelung des ZDF, 2020